die erde hat uns wieder wir sind zurück ich habe nichts gefunden macht ja alles habe ich gewonnen inklusive dem schwert so wie geht das wir müssen aus soul sand hier so ein ding inspawn bauen wir direkt hier oder ja direkt in unserem haus das machen wir glaube ich aber erst in der nächsten folge oder ich habe gerade eine neue angemacht also ganz viel scheiße ich sollte noch mal eben eine sache ein und dann würde ich sagen war es das schon für die heutige folge ich bin schon an ich ja ich sage trotzdem ich hoffe euch hat es gefallen und ihr schaut nächstes mal wieder vorbei oben rechts könnt ihr auf die nächste folge klicken unten rechts auf ein anderes projekt von mir und dann wünsche ich euch einen schönen tag macht's gut tschüss er gibt es einfach nicht auf weiß ich er hofft immer noch so sehr darauf dass da oben rechts einer klick netter ziegel netter rack netter ziegel zauber auf ich darf nicht gar nicht so schnauzen das ist doch überhaupt nicht schlimm der gerückser gehört ja quasi zum geschäft der macht der pizza auch nicht anders das hat ja jetzt gar nicht lange gedauert ja er nimmt bestimmt auf oder er übt noch ein bisschen formel 1 da kann er sich auch machen hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft wir haben es beim letzten mal geschafft ihr seht ihr drei withersklare zu besorgen eigentlich müsste jetzt noch ein bisschen braun ne ich finde wir ist jetzt ein bisschen hast du was hast du noch für tränke zyrok ein trank der nachtzig zwei trank der nachtzig drei trank der nachtzig dann ein trank der heilung ein trank der und zwei tränke der unsichtbarkeit und ein der regeneration ja reicht ich habe keine lust mehr zu braun hol dir doch mal einen bogen auf jeden fall und ein paar pfeile pfeile wir haben nicht so viele pfeile ich habe 46 würde die ungern alle abgeben ich habe keine wo sind denn die kraften wir haben keine muss solche kraften oder haben wir blind ich weiß nicht ich wollte es holz sind blind stöcker und federn hier sind noch 64 in der holzkiste jetzt hat es sich gelohnt wenn wir die kühle die die viecher wir haben ganze neun pfeder ja deshalb wir wollen es ja nie unsere hühnchen vermehren haben wir kühlen ja so kann ich mir ganze drei pfeile draus machen das ist mein hühner vermehrt wo ist der flint in der sandkiste natürlich 5 flint ja dann musst du halt weiter sand abbauen nicht beschweren einfach machen wie gegen pfeile kleine meiner war irgendwie so ein diagonal ding ne weil ich darf jetzt gleich wieder das mit dem sand nutzen wie gegen pfeile dann gleich nochmal bin ich blöd kann ich nur mit ja beantworten naja das stimmt allerdings so ich habe 20 pfeile jetzt muss ich auch noch keine hühnchen geh da mal weg ich will dich nicht mehr töten du hast freude in mir du hast freude in mir so ich musste leider ein paar hühnchen töten ja ich mache einfach mal warum eigentlich sand nicht sand die anderen pfeile kann ich auch mal vermehren ja voll nett haben wir hier irgendwo ein natürliches kies vorkommen wir haben noch ganz viel kies in der kiste bau das einfach auf und bau es wieder ab ja wie ich ist der farm profi das ist ja quasi wie mit traktionskontrolle fahren und mit abs merkt sarok ist immer noch völlig süchtig nach formel 1 ja ich hab Spaß nicht nervig jetzt geht die saison halt endlich wieder los endlich du hast die ganze zeit drauf gewartet ohne dass du es wusstest also ich freue mich schon auf das gemeckere von die traktionskontrolle das ist so schwer ich habe ich mit mono übrigens auch drüber geredet mono hat gesagt weil ich mono gesagt habe dass gondral gesagt hat dass der irgendwie ohne fahren will da hat mono auch gesagt das überrascht ihn jetzt ist der sich schwer weil das ist ja quasi für alle schwer wenn wir ohne fahren aber wenn ich ohne fahren dann ist das ja für ihn quasi noch schwerer weil wir alle dann noch besser sind ja das stimmt aber wir haben ja gesehen wie er gefahren ist von daher ja gut aber das ist so eine sache da machst du halt mal irgendwie einen tag irgendwie zwei drei stunden zeit fahren hast du auch nicht raus ja das kann man auch machen also ich würde schon sagen dass wir die saison einfach mal ohne fahr helfen wir haben das schon gesagt ja ja ich habe da nichts gegen tatsächlich ich finde es nur schade wenn ein gondral nicht mitfahren würde also ich ohne den gondral jetzt zu nahe zu treten da wird sich vermutlich mit halber traktionskontrolle genauso viel drehen wie mit ohne also da muss man jetzt einfach mal so ehrlich sein naja das macht schon viel aus traktionskontrolle macht schon viel aus und vor allem abs und ja übrigens hat sein äh sein äh seine einzige ausrede er verloren ihr folgt ja alle mit abs ich kann mich noch erinnern wie ich erschüttert ja übrigens war als er das rausgefunden hat was ihr fahrt alle so ich möchte jetzt nur das äh ja aber ich mach nur mit pfeile ja ich hab genug ist es mir egal muss ja jetzt hier mal was passieren nach dem langen fahren ja stimmt ich mach mir nur mit pfeile 3 3 3 3 3 3 eigentlich nicht ich hab 54 hast du einen guten bogen oder hast du nur einen standardbogen äh ich hab einen bogen stärke 1 der war in der kiste egal wir machen das jetzt jetzt gibt es richtig action soo wie willst du denn hier irgendwo am besten weit weg von unserem steg ja das hatte ich auch vor also ich lauf hier schon ne müssen du auch wieder ewig geradeaus laufen ich weiß ne grüx aber ich bin hier klug die kommentare in chat wollte ich schon sagen die koordinaten chat ich lauf weiter geradeaus ne da ist ein schwarzer Hase hab ich auch schon gesehen das ist Unglück unser Kampf gegen den Wurzer wäre halt blöd wenn er jetzt davonfliegen würde nicht durchs Netaportal 3 Wurzers Skelettschädel umsonst das wäre ziemlich scheiße ja nach oben einfach weg wir sollten nicht zu nah zum Dorf weil sonst ist das Dorf gleich weg ich hab so einen leichten Linksgrad jetzt gemacht der ist nicht gut ich sag dir einfach gleich wo meine Koordinaten sind wir können das da wo ich bin weil ich hab die Schädel dabei ich hoffe du hast auch noch genug zu essen ja ja eigentlich wärs am besten wenn wir irgendwo was aushöhlen wo wir von quasi drinnen kämpfen ja aber das ist ja lame oder wenn wir es in der Höhle machen sagt der der die Traktionskontrolle wieder anmachen will das stimmt überhaupt nicht ich will nur das Gornhubit fährt das ist so lächerlich was Zagok einen in den Mund legen will also hier wäre eine ne das ist keine wirkliche Höhle also entweder machen wir es überirdisch oder unterirdisch Zagok entscheidet überirdisch ist halt irgendwie immer das Problem dass wenn das Ding dann abhaut dann haben wir ein richtiges das habe ich ja gerade dreimal gesagt dann haben wir ein richtiges Problem na gut also unterirdisch dann brauchen wir gar nicht so weit wegrennen eigentlich ähm geh ich jetzt mal hier ist doch eine Höhle glaube ich wo denn? ne nicht so richtig egal dann graben wir uns gleich eine hier sind Wölfis selbst bauen ja ich hoffe dass die zumindest so ein kleiner Ansatz ist aber ne gut dann komm mal hier hier machen wir das jetzt einfach da vorne ist so eine Höhle Eingang ist die ist die auch nach unten oder ist die nur die ist in dem Berg drinnen quasi ja nach unten oder nicht? die gehen jetzt erstmal in den Berg rein dann schauen wir doch rein hier ist ne Schlucht da muss ich das hier machen ähm minus 700 2345 Moment mal unter mir buddelt einer Minus 700 Minus 700 Minus 700 Minus 700 ja ich bin mit minus 750 2350 2350 ist klar muss ich jetzt nur noch in die Richtung wir warten auf Zarok ja wie immer halt ja außer Formel 1 jetzt komm komm ich kann nicht schneller laufen und meine Füße tragen ich kann nicht schneller laufen und meine Füße tragen ohne Duschsprung rennt er wahrscheinlich die ganze Zeit das sind Wölfis ja das ist doch richtig 2300 sagst du ne 350 was wissen du los komm gut ich bin im Wasserfall los mach so lass uns mal hier einfach noch ein bisschen weiter in die Wand oder? ja ja ich muss jetzt was essen oh blöd ist die Ledermaus oh hier gehts noch weiter da 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 ist wieder so komische Stein vor was hast du noch ein bisschen Holz dabei? ich hab gar nichts dabei ich hab Steine dabei na gut jetzt haben wir wieder auf alles vorbereitet wie wir merken es natürlich also ich hab noch sieben Holz also ich kann wohl noch eine Worker entspachen zu viel Vorbereitung ist quasi gut wir machen das jetzt einfach hier oder ist es zu hoch in diesem Raum ne ne ein bisschen Reit muss ja auch noch sein oder? also ich glaube am Anfang explodiert der ja ne? ja da müssen wir ein bisschen weiter weg gehen ne ich hab dann das Kumpels einmal gemacht da war da quasi haben wir so ein Steinbruch schon gehabt der komplett ausgehöhlt war und da haben wir den dann bekämpft ja wir machen das jetzt einfach hier oder? ja lass probieren oh geht nicht ja man kann Wither Skelette wieder abbauen ja Gott sei Dank ok bist du bereit? ne warte ich muss noch Eisen mitnehmen nein und so wir müssen das natürlich episch machen warte man kann doch irgendwie auch das Interface verbergen ne? du 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 döde konnte man das Interface verbergen? ich weiß nicht ich hab' aber die Koordinaten aus ah action und wir beschüren den Wither da ist er wohl noch mal los ähh Kotel le ausm Bild ich will ein schönes Dartnoll haben da province das ist ja Äh, da ist er! Oh nein! Wo ist er hin? Wo ist der? Hinter dir! Hilfe! Nein! Ich flog den so ein bisschen hin und her! Alter! Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ja, wo ist er? Schau mal nicht an! Eben hier, ganz kurz da hinten Ganz kurz Die sagen mir irgendwie, wie man Gold hat für zu... Troffen! Wieder getroffen! Wieder getroffen! Alter! Ich hab nen Headshot gekriegt! Wieder getroffen! Hast du selber nen Headshot gemacht? Weil das ist ja nicht so schwer, der 3 Köpfe Das ist ein bisschen wie Dark Souls Es ist wie irgendwo versteckt wurde Geleuchtet! Was ist das denn? Sie sind durchgebrochen! Sie sind durchgebrochen! Warum leuchtet der? Wie heißt das leuchtet? Er freut mich! Er freut mich! Das gibt doch kein Damage mehr! Ich weiß nicht wo ich bin! Ich bin echt hoch! Du musst in den Brüder suchen! Das ist nicht so schwer! Das ist nicht so schwer! Der kriegt doch immer noch Schaden! Ich hab das Volk vergessen! Ich schieß auf den! Eben hier weg! Richtig abschießen! Lauf! Ach nö! Ich kann nicht mehr so viel leben! Es ist nachts! Wie soll ich zu dir kommen? Ich weiß nicht! Ok, ich glaub der Netan, der Winter lasst mich kurz in Ruhe hier! Bin ich eigentlich auch für den Wither unsichtbar? Ich warte auf dich Nergorix! Er lässt mich hier kurz in Ruhe! Ich will mich da nicht rein spielen! Ja hauptsache die spawnen nicht! Der regeneriert sich! Das ist nicht gut! Schieß drauf! Wo ist der? Der ist weg! Echt weg? Mach mal! Ich hab wieder gerückt! Das ist gut! Alter ich sterbe! Ich sterbe! Nein! Lauf! 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 Ne! Schlafen! 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 Schnell! 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 Wir haben halt keine Waffen gerade! Das ist ziemlich scheiße! Lauf! Ja du kannst nicht ohne Waffe dahin reden! Ich kann! Das ist die spawnen! Dann müssen wir nochmal farmen! Ja das könnte drauf hinauslaufen! Komm ich laufe jetzt einfach ohne alles dahin! Ich laufe jetzt einfach ohne alles dahin! Ich laufe jetzt einfach ohne alles dahin! Du hast einfach keine Sticks mitgenommen! So'n Scheiß! Ich sammle mein Zeugs wieder ein auf dem Weg! Äh beim Dingens! Ja das müssen wir auf jeden Fall machen! Ansonsten haben wir ein ziemliches Problem! Das war so klar, dass das passieren wird! Wir hätten halt noch mehr Tränke fahren müssen! Aber... So schnell wie der Damage macht! Machst du mit den Tränken dann auch nichts mehr! Doch! Also eigentlich lief das ja ganz früh! Wir hatten ja über die Hälfte runter! Und dann hat er sich regeneriert! Ja der hat sich regeneriert als ich tot war! Vorher hatte sich ja nicht regeneriert! Also meinst du der fängt an sich zu regenerieren wenn er einen Kill macht quasi? Wenn der Spieler den wie Schwan hat nicht mehr in der Nähe ist würde ich mal sagen! Heißt wir müssen jetzt wieder gegen den Full Health wieder kämpfen! Ja ohne dass wir irgendwas haben! Vielleicht ist er auch gar nicht mehr da! Nein! Jetzt bin ich runtergefallen! Irgendwo! Sarok! Die rennen doch völlig falsch! Ich weiß das nicht! Minus... Was war das? Minus 750 ne? Ja! So was! Ohne Drehung! Warum fängt der denn wenn der anfängt zu leuchten? Sarok! Hat sich halt einfach nur versteckt und nicht drauf geschossen! Ich hab drauf geschossen! Aber dann war ich tot! Ja das sieht nicht so gut aus für uns! Wir werden auf jeden Fall nicht noch einen Wither beschwören! Wir müssen ihn auf alle Fälle legen! Ja und wenn er tot ist oder wenn es ihn nicht mehr gibt dann war es das leider! Dann haben wir den Wither nicht bekommen! Also ich werde jetzt nicht nochmal Ursarskelette fahren! Das kannst du dir abschminken! Oh nö! Ja das war zu sexed irgendwie einfacher! Ach! Das ist eine Überraschung! Scheiße ich glaub ich hab mich verlaufen! Ähhhhhh... Ja... Wo ist denn diese Scheißschlucht? Wir müssen auch hin bevor unsere Sachen alle weg sind! Weil die Sachen waren echt gut! Ich weiß, das ist gut. Das ist nicht gut. Doch, das ist gut. Warum ist das hier jetzt gerade so hart gekommen? Ruckeln, ey. Wo war das denn? Ich will es willen. Ich will es willen. Ja, gleich sind unsere Sachen wegzauk. Und dann war es das mit dem Minecraft-Projekt, würde ich mal sagen. Nee, Quatsch. So ein Schwachsinn. Also ich will nicht nochmal ein Looting-Schwert auf Level 3 holen und sowas alles. Wir hätten davor Backup machen sollen. Und wir hätten ein Bett nehmen sollen und daneben schlafen einfach. Ich sehe wieder den Energieballen des Withers. Das ist gut, aber ich müsste eigentlich auch da sein. Ja, ich sehe ihn auch wieder. Vor allem der Eingang. Ich habe keinen Eingang. Wir sind mit Wasser da runtergegangen. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch. Hallo. Gefunden. Nee, weil das ist ein Wasserbecken. Er hat nicht gefunden. So, hier muss doch irgendwo das sein. Da war doch hier irgendwo. Da sind nämlich auch wieder die Wölfes. Wölfes. Vor allem, musst du diese Sachen wiederfinden. Warum ist hier denn jetzt nicht der Eingang? Nein, ich will dringend meine Sachen wieder haben. Ich will, ich will, ich will. Er ist Nero-Mix, ne? Boah, ich laber scheiße, ich laber scheiße, ich laber scheiße. Das ist sehr rock. Ja, unterhaltsame Scheiße, ne? Ja. Ja, du hier quasi nur deine Stiefel. Jetzt habe ich mehr gefunden. Das ist nicht richtig. So, minus 700. Ich sehe den Energie. Doch, was? Der ist jetzt halt wieder fast full live, ne? Ich bin überhaupt nicht, aber er heilt sich gerade. Okay, ich bin da. Wo ist der Eingang? Da liegen noch Sachen. Wo ist der Eingang? Ja, genau da, wo ich es halt vorhin auch schon gesagt habe. Minus 7.350. 7.350? 700. Ach, klar, aber jetzt nicht so ein Bullshit. Ich muss jetzt hier kämpfen. Du hast den Bullshit gelacht. Komm, hier liegen die Sachen alle rum. Ich muss, ich habe leichte Wegfindungsschwierigkeiten. Wenn du nicht kommst, dann sind die Sachen alle weg. Boah, das ist ja doch mal Zeit, ey. Minus 700, 2375. Minus 700, 2375. Hat er noch allen wirklichen Scheiß-Inventar? Mecker, 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 mecker. Da ist kein... Doch, da ist noch Wasser. Was, nimmst du auch was? Ja, sehr gut. Hier ist dein Schwert. Oh, da ist er ja schon. Ja, natürlich. Warte, dein Schwert ist hier. Nee, was ist denn dein Schwert? Wie viele Diamantschwerte habe ich denn hier? Ich habe zwei Steinschwerter. Nein, ich habe dir Angst da hingeworfen. Was ist noch da hin jetzt? Wir werden geschossen. Ja, das haben wir auch nicht bekommen. Wir sind unsere Verkaufeln. Hast du die alle eingesammelt? Ja, wir sind um die 6. Ja, ich bin vor der Seite. Da habe ich eh das Wasser werfen, den Zahlrohr, und ich bin mir nicht mehr mitdenken. Ich muss halt schon fangen, ne? Alter, jetzt... Was hat denn das Wasser hier für eine Lederströmung, ey? Was ist das denn? Ich habe immer noch keine Kartoffeln, Cyrok. Rausgekommen? Ja, nicht alle einzeln. Manchmal... Aber warum ist es ja nicht? Ja, da rückst du einfach ein bisschen doof. So, wir fangen also quasi noch mal von vorne an, ne? Ja, und wir haben immer noch kein Bett. Komm, wir cheaten jetzt ein bisschen. Nee, wir cheaten nicht. Kann man nicht irgendwie hier den Spawn setzen? Du bist jetzt wirklich auf dieses Niveau, die ich bin lieb. Ich will hier nicht noch mal hinrennen müssen. Na gut, dann fahre ich halt betten. Wenn du das lieber haben willst. Ich will nur nicht, dass der Wither despawn. Wo ist eigentlich meine Hose? Ich habe auch nicht mehr alle Rüstungen. Hast du noch Zusatzrüstungen? Also ich habe zum Beispiel keinen... Also du hast zum Beispiel meine Boost-Platze bekommen, leider. Aber ist mir egal. Hast du noch irgendwelche Rüstungen für mich, Cyrok? Ja, ich habe noch einen Eisenharnisch und einen Helm. Ja, gib wegen Eisenharnisch spreu ich nicht. Ich baue einen Helm. Doch, doch. Gib mir auch einen Eisenharnisch. Kannst du mir auch geben. Wo bist du denn hingelaufen? Hinter dir. Du bist ja ein Unsichtbarer. Ja, ich habe eine Rüstung an. Das macht dir nichts. So einen Helm. Das ist nicht mehr der geilste von Welt. Noch Schuhe? Schuhe habe ich keine, ne? Er ist jetzt halt wieder full live, ne? Ja, ich habe es mitbekommen. Vielleicht willst du das noch 13 Mal sagen. Was groß war denn jetzt eigentlich? Hast du meinen Bogen eigentlich? Ne, ich habe meinen Bogen. Okay, was ist das heute? Du hast doch wahrscheinlich keinen einzigen Pfeil, ne? Das ist korrekt. Und ich brenze die Hälfte am Pfeil ab. Wo ist denn der eigentlich hin? Weiß ich nicht. Ähm, da haben wir was. Ich habe ihn gefunden. Okay, angreifen. Ja, ja, aber gut. Ich bin ja noch mit Schaden. Ich bin ja noch mit Schaden. Der muss nicht sterben wieder. Jetzt spiele ich jetzt. Aber jetzt brauche ich ja wieder. Ich brauche Unterstützung. Ja, ich muss ja die Hälfte drauf. Ich hänge schon wieder Wasser fest. Aber ich sterbe, ich sterbe. Ich bin weg. Ich kann mich dafür wieder schließen. Ich sterbe. Ich sterbe. Halbes Herz. Ich bin tot. Was ist jetzt fertig? Versuch's. Ich hab dem halbe Leben gedrückt. Ich bin aber auch fast tot. Ich komm wieder, keine Frage. Wir kriegen das hin, komm. Jetzt wird er totgesürgt. Er ist fast tot. Aber ich bin auch fast tot. Ich bin tot. Renn mal schnell hin. Renn. Cyborg, renn. Er hatte wirklich nur noch ein Sechzehntel vielleicht. Nicht mal. Ich laufe! Ich muss wieder F3 nutzen. Spawne und laufe auch. Wir zerken ihn jetzt tot. Wollte eigentlich noch Betten mitnehmen, aber dann spawnen wir hier nicht. Das ist scheiße. Scheiße auf Betten, ey, Mann. Feichling. Er hat noch mal Zusatzbetten. Die sind alle nicht mehr da. Gut, ich muss jetzt auch hinrennen. Aber ich muss eben noch was zu essen mitnehmen, sonst... Geht's mir wie Zarok. Den Weg dahin kriegst du ja so. Nein. Glaube ich nicht. Wird auch schon wieder Nacht. Und ich hab hier nichts zu essen drin. Das macht nix. Das macht nix. Blöd ist halt, dass er sich wieder regenerieren wird. Oh, ich hatte ihn fast tot. Ja, aber jetzt hat er, wenn wir schnell genug ankommen, hat er nicht mal full life. Ja, beeil dich. Wir werden halt gleich alle möglichen Monster wieder spawnen. Das macht nix. 700, 250. 750, was? Wieder? Siehst du den Hut da wieder? Hat er wieder... Ja, er hat noch nicht mal halb live. Ich hatte ihn halt schon fast auf komplett... Äh... 2350. Ja, aber 2350 ist halt Berg. Hä? Der Hund nie ist... Ich bin jetzt wieder bei so nem... Bei so nem See, ne? Da war doch irgendwo der Eingang, ne? Wo ist der Eingang denn?! Ich bin bei den Koordinaten, aber ich finde den Eingang nicht. Da war aber direkt den Eingang bei den Koordinaten. Da müsstest du dich immer bei den Koordinaten. So, ne? 700. 750, immer noch. 2350. Ihr hätt immer noch nicht halb live. So, eigentlich jetzt... Ja, ich seh jetzt auch mal den nur da. Naja, halb live hat er jetzt, würde ich sagen. Nee. Jetzt hat er halb live. So, hier muss das... Jetzt hat er über halb live. Wo ist denn jetzt hier das Ding? Da ist es. Doch, was machst du denn? Ich bin jetzt schon da. Ja, ich hab halt noch... Kurve gedreht, damit ich nicht mit dem Creeper laufe. Da ist ne Hexe. Alter, wo ist der Wichs-Eingang denn? Ich bin quasi jetzt dreimal da... Immer noch genau da, wo die Koordinaten vorgelesen waren. Ja, da war ich genau da. Da war aber Wichs. Minus 700... 2300. Also doch, minus 700. Ich bin ja jetzt nicht mehr genau da, wo der Eingang ist. Ich bin ja schon runter. Wo ist denn mein Schwert? So ne Scheiße. Daaa! Oh, ich hol' noch mal ein Schwert. Nimm irgendwas. Mach den jetzt fertig! Aua. Ja, unter mein Schwert kann ich das nicht. Ich hab' nur dein bescheuertes Schwert. Boah, wer sich diese Höhle ausgesucht hat, ne? Mit diesem Wichs-Eingang. Wo bleibst du denn eigentlich? Ich bin doch viel später gestorben als du. Ja, ich such den Eingang. Minus 700 2344. Ja, genau da runter. Warum hast du ihn noch nicht angegriffen? Ja, weil ich hier die ganze Zeit die Sachen bekommen muss. Ansonsten sind die alle die spawnen. So, wo ist mein Zeug? Ja. Deine sind wahrscheinlich schon die spawnen. Meins, äh... Das stimmt auch nicht. Ich hab' nicht komplett meins. Wer war denn so bescheuert, ein Steinschwert mit Sharpness mitzunehmen? Hab' ich aufgesammelt. Der war von diesem Ding im Saal. Ja, dann hast du dein Inventar wieder nicht geleert. Alter, wie er mich aufregt, ne? Weißt du, der will nur nötig Spiele durchrushen. Wenn du irgendwo mal ein bisschen länger brauchst... Nee, 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 nee. Kommst du jetzt? Hier liegen doch noch Sachen. Ja, ich kämpfe gegen die Ströme. So, bist du. Hier ist dein Schwert. Jetzt renn doch nicht von dem Schwert weg. Ja, aber hier liegen meine Sachen. Ja, ein Schwert liegt aber nicht. So, wo sind die Goldäpfel hin? So, die Goldäpfel? Ich hab' keine Goldäpfel. Ich hab' Eier. Das sind aber keine Goldäpfel. Wir brauchen Goldäpfel, Sarok. Ich hatte noch vier oder so. Ohne die hätte ich's gar nicht geschafft, die so weit runter zu bekommen. Ich hab' drei Goldäpfel jetzt. Aber kein Schwert. Ja, das ist da hinten abgetrieben, weil du es ja nicht aufheben wolltest. Meine Güte, kriegt nicht dieser Typ auf. Jetzt hat er wieder voll läuft. Das ist halt der Rush-Gurix, ne? Wo ist er denn jetzt hin? Hast du jetzt dein Schwert endlich aufgehoben? Ja. So, ich geh' jetzt nach oben und baue mir ein Bett. Aber nichts zu essen. Hier. Ich geb' dir jetzt auch nichts ab. Gut, dann machen wir das eben so. So, ich such' jetzt Schafe. Ist natürlich kein einziges in der Nähe. Zwei andere erwartet. Der muss doch irgendwo sein, weil die Hells-Bar ist ja quasi... Ja, aber du wirst ihn jetzt ja nicht töten, Sarok. Du hast doch nicht mal Rüstung vernünftig, oder nicht? Boah, ich hab' nen Eisenharnisch. Ja eben. Dann bist du doch mit zwei Schlägen tot. Dann warte doch wenigstens, bis wir hier wieder respawnen können in der Nähe. Warum sind denn hier nirgendwo Schafe? Ah, ich hab' gefunden! Ich muss mein Stukels wieder hochpumpen. Alter. Hier sind nirgendwo Schafe. Das gibt's doch nicht. Das ist ein Einblickszeichen dafür, dass, äh, das Spiel sagt, Hey, mach mal hier den Witter fertig. Da muss ich jetzt auch noch so'n goldenen Äpfel essen, oder wie? Ja, du hast jetzt alle meine goldenen Äpfel, die ich mir mitgenommen hab. Auch ein Witz. Kämpfst du jetzt dagegen, oder nicht? Na, ich seh' nur zumindest. Du musst ja erst mal gegen Strömung kämpfen. So, komm' jetzt her. Hast du Steine... Ach ne, ich hab' hier auch Steine. So. Gut. Angriff. Das ist scheiß Schwert immer. Das ist nicht mein Bogen. Hast du noch einen anderen Bogen? Hast du meinen Bogen? Ich hab' keinen Bogen. Ach, dann ist mal ein toller Bogen im Arsch. Sehr schön. Hast du zu fackeln? Äh, ja, hab' ich. So, einfach fackeln. Da oben ist er. Das weiß ich auch. Jetzt gib mir mal die Hälfte der Goldäpfel ab. Was? Das ist scheiß Schwert, ne? Hast du ne Spitzhacke? Goldäpfel! Hast du ne Spitzhacke? Äh! Da rock. Ich hab' keine Spitzhacke. Ich hab' keine Spitzhacke, oder? Ne. Äh. Völlig'n Schild. Ja, so'n Scheiß hab' ich mich aufgehoben. Fertiges Eisen? Eisen hab' ich eins. Eins? Das hilft uns ja immer wieder überhaupt nicht. Er läuft halt nicht so. So, jetzt sieht man, geht ein beschissenes Eisen, was so in den Leuten ist. Ja, wir haben halt immer noch kein Bett hier. Das heißt, es wird gleich wieder genauso weiter gehen wie vorher. Ja, natürlich. Aber du willst ja nie dazulernen. So. Ich hab' nicht nur den Scheißbogen. Nicht mal mehr meinen. Ist doch alles scheiße hier. Ich hab' den Winter vorher mal kurz gesehen, wo ist der denn jetzt hin? Ist über mir. So. Ready? Jetzt geh' aus diesem Wasser raus. Ja! Und wenn jemand im Wasser steht. Und renn bitte nicht immer in mich rein, wenn irgendwie der dich angeheift. Dann kann ich nicht draufschießen. Ich mein, du kannst ja sowieso nicht mehr draufschießen. Das ist ja das Tolle. Ja. Ja. Dann sind die jetzt. Wenn das Licht da rumsteht und dann drauf geht. Ich bin jetzt halt raus. Ich treff den nicht. Lock den doch mal raus, ne? Ja. 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 Oh Gott. Ja. Guck mal hin bitte. Guck mal hin bitte. Guck mal hin. so dürfen wir jetzt endlich klug an die sache rangehen zahlrock dann war es das für die heutige folge ich hoffe euch hat es gefallen und schon beim nächsten mal wieder vorbei hier oben rechts könnt ihr auf mich so vollklicken und rechts am anrufsweg von mir dann bitte einen schönen tag macht's gut tschüss